Wir begrüssen dich im Namen von Stockboost. Ich bin Marco Schei und gemeinsam mit Eko E-Board erklären wir dir, weshalb Wikifolios für Anleger sehr interessant sind. Wesfonders für unsere Schweizer Zuschauer ist das Thema spannend, da Wikifolios dort seit kurzem auch in Schweizer Franken handelbar sind. Da wir neben vielen Details auch Einblicke in unsere private Umsetzung geben, komme ich kurz zum obligatorischen Risikohinweis. Wir zeigen hier unsere Werbpapiere, machen Einschätzungen und Kommentare und äussern unsere Meinung. Diese stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Werbpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Wir übernehmen deshalb keine Haftung für Vermögensschäden. Wir machen keine Steuerberatung. Bei den Wikifolios, in denen wir investiert sind, bin ich selbst bzw. das Stockboosteam WikifolioTrader. Es handelt sich bei diesem Video um keine bezahlte Partnerschaft mit Wikifolio.com, noch erhalten wir anderweitige Geldwerteleistungen für das Video. Der Inhalt des Videos entspricht unserer individuellen Meinung. Wir führen als WikifolioTrader selbst eigene Wikifolios. Für die kostenfreie Registrierung bei Wikifolio.com über unseren Affiliate-Link erhalten wir eine kleine Entschädigung. Jetzt komme ich zur Frage, was sind eigentlich Wikifolios? Wikifolios sind individuell erstellte Handelsideen in Form von fiktiven Musterdepots. Jeder bei Wikifolio.com registrierte Nutzer kann seine Handelsidee in einem Wikifolio publizieren, also öffentlich auf der Wikifolio-Plattform sichtbar machen. Oder mit seinem Wikifolio sogar die Basis für ein Finanzprodukt, ein Wikifolio-Index-Zertifikat erstellen. Jedes Wikifolio wird den gesamten Wikifolio-Lebenszyklus über von einem Wikifolio-Trader betreut. Der Wikifolio-Trader kann also sein Wikifolio nicht an einen Kollegen übergeben, sondern muss sein Wikifolio selbst managen. Investierbare Wikifolios können durch Anleger und Anlegerinnen als Wikifolio-Index-Zertifikate über die Börse Stuttgart, ausser Börse Schüberlang und Schwarz und für Schweizer Anleger in Schweizer Franken an der Schweizer Börse BX Suisse börsentäglich gehandelt werden. Wenn du als Anleger in ein Wikifolio-Zertifikat investierst, kaufst du das Wikifolio bequem über deine Hausbank. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Anlageprodukten zeichnen sich Wikifolios durch ihre Transparenz aus. Alle Besucher haben Einblick in das Handeln der Trader im Wikifolio. In Echtzeit sind reale Marktdaten, Kennzahlen und alle Trades in dem Wikifolio sichtbar. Des Weiteren ist auch der richtige Name des Wikifolio-Traders bekannt. Häufig findet man auch weitere qualitativen Informationen zur Person im Trader-Profil bei der Wikifolio-Plattform und im Internet oder den sozialen Medien. Die ersten Wikifolio-Zertifikate wurden im Jahre 2012 emittiert. Dadurch haben die ersten Wikifolios eine 8-jährige vergangene Wertentwicklung. Alle diese Informationen findest du auf der Wikifolio-Plattform. Die Handelsideen der Wikifolios sind vielfältig. Sie erstrecken sich von kurzfristigem Aktientrading wie Day-Trading bzw. Swing-Trading über quantitative Handelsideen bis hin zu breiten und langfristigen Aktienstrategien verschiedenster Ausprägungen wie z.B. dem Value-Investing oder einer Dividenden-Strategie, bei der auf regelmässige Cashflows gesetzt wird. Dividenden werden im Wikifolio auch gut geschrieben. Neben gewöhnlichen Wikifolios gibt es auch noch Dach-Wikifolios. Ein Dach-Wikifolio ist ein Wikifolio, das nur in Wikifolio-Zertifikate investiert. Anleger können auch in Dach-Wikifolio-Index-Zertifikate investieren. Ich zeige dir nun aus meiner Sicht einige Vor- und Nachteile bei Wikifolio.com. Zu den Vorteilen gehört die durchgängige Transparenz. Es besteht vollständige Transparenz über alle Wikifolios inklusive der geschlossenen Wikifolios. Jedes publizierte Wikifolio bleibt auffindbar und kann durch den Wikifolio-Trader nicht gerüchtet werden. Deshalb sind Wikifolios zumindest für die vergangene Wertentwicklung untereinander vergleichbar. Bei jedem Wikifolio kann man jeden Tray nachschauen und auch die Kursentwicklung und vieles mehr selbst auswerten. Ich möchte an dieser Stelle auch einen Nachteil erwähnen. Aus meiner Sicht sind die Geld- und Briefspannen bei mittelgrossen US-Aktien teilweise etwas gross, wenn man diese mit den US-Börsen vergleicht. Deutsche Aktien haben jedoch während der Haupthandelszeiten sehr enge Geld-Briefspannen, was ich sehr positiv finde. Ein grosser Vorteil bei Wikifolio ist der Umstand, dass bei Transaktionen innerhalb des Wikifolios keinerlei Handelsgebühren anfallen, wie sie bei der Hausbank bzw. beim Online-Broker üblich sind. Bei häufigen Transaktionen kann der Kostenvorteil des kommissionsfreien Tradens gegenüber der Bank sehr gross sein. Was kannst du bei Wikifolio für Informationen anschauen und was verstehe ich konkret unter der vollständigen Transparenz? Ich zeige dir konkret ein zufälliges Beispiel-Wikifolio zur Illustration und blende Namen, ISIN und Wertpapier-Kennnummer aus regulatorischen Gründen aus. Oben unter Namen des Wikifolios würdest du den Namen des Wikifolios sehen. Darunter ebenfalls geschwärzt würdest du den klaren Namen des Wikifolio-Traders sehen. Bei einem investierbaren Wikifolio ist der zuständige Wikifolio-Trader immer bekannt und er bzw. sie kann nicht anonym bleiben. Unter Performance siehst du von links beginnend die Gesamtrendite seit Start des Wikifolios, die Einjahresrendite und die durchschnittliche Jahresrendite von plus 5,3%. Zum Risiko findest du den maximalen Verlust von minus 23,4% sowie den Risikofaktor einer Risikokennzahl, die Wikifolio entwickelt hat. Falls du dich für den Risikofaktor interessierst, haben wir kürzlich auf unserem Kanal ein ausführliches Video zum Risikofaktor gedreht und verlinken es in der Videobeschreibung. Die Wertentwicklung des Wikifolios mit Tagesdaten, ich meine damit den Chart des Wikifolios, bietet wertvolle Informationen und du kannst die Erstemission des Wikifolio-Zertifikates einblenden und das Wikifolio auch beispielsweise mit dem DAX-Index vergleichen. Das habe ich hier nicht gemacht. Daneben unter Portfolio siehst du den aktuellen Cash-Bestand von kleiner als 1%. Du kannst alle aktuellen Positionen inklusive Gewichtung anschauen. Hier siehst du die grösste Position, nämlich die Eli Lilly-Aktie mit 5,3% Gewichtung. Unter Indexzertifikat findest du die aktuelle Taxierung des Wikifolios. Du könntest das Wikifolio aktuell zu 147,96 Euro kaufen bzw. zu 146,68 Euro verkaufen. Das Euro-Zeichen links daneben bedeutet Real Money. Das heisst, der Wikifolio-Trader ist selbst mit mindestens 5'000 Euro in das Wikifolio investiert. Dann erkennst du, dass 15'224 Euro in das Wikifolio investiert sind, dass die Emission des Zertifikates am 25. November 2014 stattfand, dass die Zertifikategebühr 0,95% pro Jahr ist und dass die Performancegebühr 5% beträgt. Die Liquidationskennzahl ist 0,0 Tage und gibt Aufschluss darüber, wie lange es dauern würde, wenn alle Wikifolio-Anleger auf einen Schlag das Wikifolio verkaufen wollten. Auf der nächsten Abbildung ist die Handsidee des Wikifolios beschrieben. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Daneben gibt es zwei Wikifolio-spezifische Auszeichnungen und darunter ist das Wikifolio-Universum aufgeführt. Darin ist erkennbar, welche Finanzinstrumente innerhalb des Wikifolios handelbar sind und welche nicht. Es gibt z.B. Wikifolios, welche nur Aktien freigeschaltet haben. Unter Analyse kannst du die Renditen über verschiedene Zeiträume überblicken. Du kannst auch die Sharpe Ratio anschauen, welche man als risikoadjustierte Rendite bezeichnet. Für mich ist die Sharpe Ratio eine aussagekräftige und wichtige Kennzahl. Unter Trades kannst du jede Transaktion seit Bestehen des Wikifolios abrufen. Dort sind auch die Netto-Dividenden-Ausschüttungen ersichtlich. Du kannst auch einen Kontoauszug abrufen. Im Kontoauszug hast du vollständige Transparenz über alle Transaktionen, sowie über die Zertifikategebühr und Performancegebühr. Damit hast du einen Einblick gekriegt, wie transparent die Wikifolio-Plattform ist. Diese vollständige Transparenz ist in der Finanzbranche bisher unüblich. Nun komme ich zu meinem persönlichen Erfahrungsbericht, wie und wann ich Wikifolio kennenlernte. Im Jahre 2015 las ich zu Wikifolio.com einen Artikel in einer Börsenzeitschrift. Der Redakteur machte einen Testlauf und publizierte ein eigenes Wikifolio. Er erläuterte im Artikel seine ersten Erfahrungen mit Wikifolio. Daraufhin registrierte ich mich kostenfrei auf der Wikifolio-Plattform und sah mich gelegentlich auf der Plattform um. Mitte 2016 entdeckte ich die neue Möglichkeit, Dach-Wikifolios aufzulegen. In einem Dach-Wikifolio kann ein Portfolio aus einzelnen Wikifolios zusammengestellt werden. Der Dach-Wikifolio-Trader wählt gemäss seiner Hans-Idee also selbst die einzelnen Wikifolios aus. Mich überzeugte der Umstand, dass bei Dach-Wikifolios gegenüber von Einzel-Wikifolios keine zusätzlichen Kosten für den Anleger entstehen. Bei einem Fund-of-Fund, einem Fonds, der in mehrere andere Fonds investiert, entstehen in der Regel zusätzliche Kosten für den Anleger, bei Dach-Wikifolios nicht. Mich faszinierte auch die Herausforderung, Wikifolio-Trader auszuwählen, welche in Zukunft gute Arbeit mit ihren Wikifolios leisten. Ich mache dafür eine quantitative Voranalyse von mehr als 100 Wikifolios mit guten Rendite-Risiko-Kennzahlen. Die engeren Kaufkandidaten nehme ich genau unter die Lupe und versuche die Hans-Idee und den Trader genauer qualitativ zu prüfen. Funktioniert seine Handelsstrategie? Wie ist sein beruflicher Hintergrund? Was sind seine Börsenerfahrungen? Und vieles mehr gehört zum qualitativen Check des Traders. In diesem Research lerne ich viel über erfolgreiche Trader und auf was man schauen soll, um die Spreu vom Weizen zu trennen, beziehungsweise die Trader mit einem Vorteil im Markt gegenüber den Glücksrittern zu unterscheiden. Ich selbst investiere in die eigenen Dach-Wikifolios. Gern übergebe ich nun an Elko, der seine persönlichen Erfahrungen mit Wikifolio ebenfalls kurz vorstellt. Danke Marco. Wie viele andere habe ich auf dem ersten Blick ein börsengehandeltes Zertifikat gesehen und war natürlich skeptisch. Mit Zertifikaten hatte ich schon viel gehandelt und kannte die Vor- und Nachteile. Dazu noch eine neue Social Trading Plattform. Mein erster Gedanke war, das sind doch nur ähnliche Zockereien wie in diversen Trading-Wettbewerben oder anderen Plattformen. Aber das hat wenig mit validen Investieren zu tun. Weshalb sind Wikifolios aus unserer Sicht nun interessant für Anleger? Grundsätzlich störte mich bei den meisten Produkten die fehlende Transparenz, kaum Einschränkungsmöglichkeiten im Handel und natürlich die fehlende Kontrolle der Trader. Wie Marco dir schon im Detail gezeigt hat, hat die Wikifolio-Plattform für diese Punkte eine sehr effiziente Lösung. Diese Vorteile gegenüber anderen Anbietern haben auch bei mir zu einem Umdenken geführt. Aber schauen wir uns die wichtigsten Eckpunkte zum Wikifolio-Zertifikat und dem Einsatz für Anleger in der Praxis an. Das Wikifolio-Zertifikat ist im Unterschied zu den klassischen Zertifikaten nicht statisch auf einzelne Werte fixiert. Innerhalb des Wikifolios kann aktiv eine Handelsstrategie umgesetzt werden. Du kannst somit als Anleger an dieser Handelsstrategie teilnehmen und bist nicht ausschließlich an den Kursbewegungen eines einzelnen Wertes gebunden. Bei reinen Aktien-Wikifolios ist man ungehebelt in Aktien investiert, da man Aktien oder Indizes nur über bestimmte ETFs oder Hebelprodukte auf der Wikifolio-Plattform short handeln kann. Schließt der Trader dies für sein Wikifolio aus, hat der Anleger die Sicherheit, dass nur Aktien als Handelsinstrumente verwendet werden können. Wie funktioniert nun die Besicherung? Auf der Wikifolio-Seite wird die Besicherung ausführlich beschrieben. Ich zeige dir hier im Schaubild, wie der Anleger über den Emittenten lang und schwarz in das Zertifikat investiert und die Investitionen über verpfändete Konten und Depots in Aktien und einen Bargeldanteil fließen. Mehrere Treuhänder überwachen den Prozess und veröffentlichen ihren Bericht regelmäßig. Zum 30.09.2019 waren 93,21% der Investitionen besichert. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber zeigt, dass hinter dem Wikifolio-Prinzip ein solides Konstrukt steckt. Kommen wir zur praktischen Umsetzung. Für mich aus der Anlegersicht sind die folgenden Punkte wichtig. Das Zertifikat ist börsengehandelt. Das Zertifikat ist besichert. Es werden Aktien und Bargeld hinterlegt und es ist kein synthetisches Produkt. Ich kann das Produkt bei den meisten Prokern handeln und somit mein bestehendes Aktiendepot verwenden. Ich muss also nicht auf einer weiteren Plattform Geld einzahlen. Im Vergleich zu einem Fonds oder anderen Finanzprodukten habe ich Einblick in jede Transaktion. Über den Risikofaktor wird nach jeder Transaktion das aktuelle Portfolio-Risiko bewertet. Das funktioniert natürlich nur für Wikifolios ohne Hebelprodukte. Und mir steht eine Alarmfunktion für die Überwachung zur Verfügung. Wie von Marco schon erwähnt, haben wir alle Details zum Risikofaktor in ein kurzes Video gepackt und verlinken das in der Videobeschreibung. Eine Anlage in einem Wikifolio kann ich somit direkt in meinem Wertpapierdepot umsetzen und natürlich auch flexibel in meinen individuellen Ansatz integrieren und schlussendlich transparent überwachen. Als praktisches Beispiel zeigen wir dir die Umsetzung im Rahmen des Dockboost-Projektes. Neben einer nachhaltigen Finanzbildung geben wir auch Einblicke in unsere Echtgeldkonten und erklären unsere eigene praktische Umsetzung. Unser Ziel ist es, damit Anleger in die Lage zu versetzen, eigene, valide Anlageentscheidungen treffen zu können. Dazu veröffentlichen wir Videos auf dem YouTube-Kanal und Finanzblogs auf unserer Homepage stockboost.de. Für den Einblick in seine Echtgeldkonten hat Marco dazu die Videoreihe Marcos Portfolio Update gestartet. Dort zeigt er als Schweizer jeden Monat seine Langfristdepots inklusive der Schweizer Vorsorge für den eigenen Vermögensaufbau. Hinter einem Wikifolio steckt also viel mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Wir hoffen, dass du durch die Details und den Praxisbezug neue Erkenntnisse erhalten hast. Du kannst dir kostenlos und unverbindlich ein eigenes Bild von Wikifolio machen. Wenn du das Stockboost-Projekt unterstützen möchtest, kannst du dazu den Affiliate-Link unter dem Video verwenden und dich ohne Mehrkosten auf der Plattform registrieren und den vollen Leistungsumfang nutzen. Du willst keine weiteren Videos von uns verpassen? Dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne auch einen Daumen nach oben da. Wir wünschen dir gute Investments und verabschieden uns bis zum nächsten Video. Ich bin Elko Ebert von stockboost.de